Kleine Susi ist die letzte aus dem Wurf aus dem Baby-Tagebuch, das ihr in meinem Kanal finden könnt. Susi ist voll im Zahnwechsel. Ich darf zeigen. Hier kommen die Schneidezähne und sie hat auch schon Backenzähne eingebüßt. Fun Fact, trotz Putzen, in diesen Rillen bildet sich bereits Zahnstein. Das ist einer der Gründe, warum man nicht später anfangen kann mit dem Zähneputzen, denn Susi kennt es aus dem FF und lässt mich den Zahnstein einfach abkratzen, sodass ich nicht mal mit der Emi-Pad ran muss, sondern mechanisch und dann mit einem Zahnwerkzeug das abkratzen kann. Susi riecht auch ganz schön streng aus dem Mund im Moment und trotzdem es immer anfängt zu bluten, weil halt im Endeffekt das Fleisch angegammelt ist von den Zähnen, die rausgehen und die neuen, die durchkommen, lässt sie mich das trotzdem machen. Ich kann richtig gut beobachten, wie sich die Zähne entwickeln. Und hier unten, wo sie jetzt doppelt stehen, wo der neue von innen kommt und der andere noch draußen steht, da kann ich dazwischen sauber machen, sodass es nicht eskaliert mit dem Mundgeruch. Eine ganz, ganz tolle Sache, das Zähneputzen. Und was noch toller ist, Susi hat so schön geübt. Die macht immer Sitz, gibt Pfote. Unverständlich, dass sie noch da ist, aber ich freue mich. Und wenn es so weitergeht, bleibt sie dann bei mir. Dann kann ich immer schön zeigen, wie cool so ein Hund ist. Nicht nur Tinka, sondern auch Susi. Susi wiegt jetzt noch nicht mal 1,6 Kilo. Ein richtig kleines Toy-Pudel-Mädchen, obwohl die Mutter Zwergpudel ist. Die Gene sind halt komisch. Ein richtig kleines Toy-Pudel-Mädchen, obwohl die Mutter Zwergpudel ist.